So, hier haben wir wieder Teilnehmervideos für das Herkommen und Abstoppen und Bereich begrenzen. Ihr macht das ganz gut. Das ist die Corinna, die ist 17 Jahre alt und mit ihrem Tinker Wallach, der 10 Jahre alt ist und Tarek heißt, der auch eigentlich relativ dominant ist. Wir haben auch mal einen Videokommentar von ihr gehabt, wo ich ihr ein bisschen geholfen habe, weil das Pferdchen halt so ein bisschen dominant ist und wenn er halt nicht mehr mitlaufen möchte, dann läuft er halt einfach woanders hin und das auch relativ schwer zu regulieren ist. Hier in dem Videochem zeigen wir eben, wie sie ihn ruft nach unserer Methode und da sieht man, wie er sie überholt. Das heißt, hier bei diesem Rufen ist natürlich wichtig, dass du die Pferde rufen kannst, aber da hier in dem, also was wir jetzt gerade hier versuchen zu erklären, ist, dass es eben wichtig ist, deinen Bereich dann auch wieder zu verteidigen und abzugrenzen. Das heißt, dein Pferd auch wieder abstoppen zu können, in einer sicheren Distanz zu dir.